Grundsätzlich ist die Idee eigentlich entstanden aus der Schließung meines alten Betriebes. Ein Betrieb, der auf sehr standardisierten Strukturen sozusagen passiert hat. Immer dasselbe, jeden Tag das Gleiche. Das wollte ich einfach verändern. Somit haben wir gesagt, okay, machen wir ein Restaurantkonzept, das sich verändert. Dann können wir uns verändern, unsere Gäste können sich mitverändern und alles bleibt dadurch ständig in Bewegung. Der Weg dahin war steinig, weil er natürlich einmal grundsätzlich aufgebaut auf ein Haubenlokal, das einfach ganz klassisch funktioniert hat über viele Jahre, wo man sich natürlich einmal gedacht, dass die Sporen verdienen muss. Damit man dann auch glaubwürdig ist, wenn man sagt, okay, man ist irgendwo in einem Ort, 30 oder 40 Tage mit einem außergewöhnlichen Konzept und bricht es dann wieder ab. Wir haben am 28. Juni eröffnet, nach 14-tägiger Planung und 14-tägiger Umsetzung. Also wir haben Tag und Nacht gearbeitet. Brandner und seine Leid war ein Wunsch, Danke zu sagen an viele Produzenten, Händler, Lieferanten, Freunde, die uns über die ganzen Jahre unterstützt haben. Und ich wollte einfach einmal in Form von einem Foto und in Form von einer geschäftlichen Verlinkung einfach einmal zeigen, wer steckt aller hinter einem Restaurant. Unten im Erdgeschoss hat man ein kleines, sehr modern eingerichtetes Café, das auf Palettenbasis passiert. Der rechte Flügel ist eine Tagesbar geworden, ganz schlicht gehalten. Und im oberen Bereich, im ersten Stock, ist das Restaurant mit einer offenen, großen Schauküche. Und im hinteren Bereich haben wir uns unseren eigenen Stammtisch geschaffen und unser Lager. Dadurch müssen wir erstens nicht in den Keller rennen und zum zweiten haben die Salzburger einen Tisch, wo sie immer hinkommen können, auch wenn sie nicht reservieren. Also es gibt eigentlich keine wirklichen Zielgruppen. Jeder, der gute Gastronomie schätzt, weiß, der auch bereit ist für lokale und wirklich regionalste Produkte und auch deren Produzenten einen Preis zu bezahlen, der einfach fair und angemessen ist, ist bei uns herzlich willkommen. Wir arbeiten mit sehr vielen oder eigentlich ausschließlich mit lokalsten Produzenten und es war der Wunsch einmal zu zeigen, was hat Salzburg zu bieten. Und zum zweiten bieten wir eine Küche, die einfach international aufgestellt ist. Interessanter ist es doch einfach aus einem guten, lokalen Zander einfach ein Givis zu machen und sagen, okay, internationaler Touch, lokaler Fisch, wunderbare Geschichte. Wir arbeiten im Moment sehr stark über die Social Medias, am allermeisten über Facebook. Wir schicken dort ein Foto raus mit der Verlinkung der jeweiligen Person, die dort vorgestellt wird. Und es hat mittlerweile eine Reichweite von über 19.000 Leuten. Jeder schaut sich das gerne an, jeder liest gerne durch. Wer ist das? Warum ist der da drin? Ah, interessant. Der ist von der Müllabfuhr, okay, der macht das Lamm, der bringt das Brot. Es hängen 27 Fotos in 60 x 60 an den Hauswänden, an den 27 Säulen des Hauses. Das sind auch die wirklichen Säulen. Lebensmittelproduzenten, große Getränkeproduzenten und ein Zimmer ist rein die Erfinder und Unterstützer. In diesem gleichen Zimmer hängt eine bewegliche Galerie, wo natürlich mein Team in erster Linie immer hängt und wo jeden Tag ein Foto dazukommt. Und dieses Foto geht auch gleichzeitig wieder raus ins Facebook. Wir haben keine Visitenkarten des Hauses abgedruckt, sondern wir haben jeden einzelnen fotografiert. Es steht ganz klar dabei, was sie machen. Und du nimmst dir nicht eine Visitenkarte des Hauses mit, sondern du nimmst dir eine Person mit. Nämlich diese Person von meinem Team, die du dir mitnehmen willst. Ein von meinen Leuten. Wirklich das mit den Regionalen und auch das mit den Fotos findet man ganz super, weil man sieht halt, wo das Zeug herkommt. Und das ist genau das, was eigentlich wirklich unterscheidet. Durchschnittliche Gäste zahlen im Restaurant. Wir machen also mittags so ein Service zwischen 50 und 70 und am Abend zwischen 80 und 100. Auf der Terrasse 70 Sitzplätze, innen können wir bis auf 90 aufstocken. Der Kaffeebereich ist ungefähr mit 50 außen und innen. Wir sind in der Hochsaison 16, in der Nebensaison 13 fest angestellte Mitarbeiter. Also die Durchschnittskonsumation ist ein bisschen schwierig festzustellen. Im Restaurant hier oben ist natürlich die Bandbreite wesentlich größer. Von einfachem Tagesgericht um 10, 12 Euro geht es dann schon rauf, auch bis fünf, sechs, sieben Gänge um 60, 80 oder noch mehr Euro. Möblierung hatten wir schon einen Großteil. Also Investitionsvolumen da waren circa 45.000 Euro. Meine Wünsche für die kommende Zeit ist ganz einfach weiter Gastronomie betreiben, weil ich das wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gerne mache. Weiter mir Konzepte überlegen, die spannend sind. Und hoffentlich ganz, ganz, ganz lang mit diesem Team zusammenarbeiten zu können, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, weil ich könnte mir nichts genialeres vorstellen. Und an dieser Stelle danke an meine Leute. Danke an alle Leute. Danke. 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 Danke.